Ansonsten ist der Platz gut gefüllt, 1300 Euro gehen drauf, alles gut geschmückt. Die meisten mit Wohnmobil, die war ja vier Meter über Normal. Seit 45 Jahren war der Fluss nicht mehr, hat er nicht mehr so einen Höchststand. Das sind noch die Cottages hier, natürlich auch nicht schlecht, das Fernmobil steht auch hier. Das ist die Mannschaft, wir brauchen euch ja so. Die Rezeption, ein kleiner Einkaufsladen. Müll entsorgen muss sein, ne? Moin Moin! Hallo! Moin Moin! Und hier ist das Fenstel. Jetzt natürlich noch leer. Und hier ist das Fenstel. Und hier ist das Fenstel. Und hier ist das Fenstel. Und hier ist das Fenstel.